Ja, nehmt sich diesmal mit Garni für und Hans hat sicherlich noch ein paar Fragen, die er noch nicht gestellt hat. Nein, ich habe noch nicht gestellt, aber die geht es eigentlich nicht. Ich habe ganz und wie ich mit dem Vertreter der Rhetoriker war, sieben und er hat einen neuen Tag gewonnen. So was war die Runde? Ohne Fähre? Du konntest ja gleich rein. Gratuliere! Das sah aber auch leicht aus, Garni. Wir hatten vorab ja diesmal gratuliert. Wir haben vorab ja auch gegründet, wir sind heute stärker von der Spitze. Ist es dann gleich, das letzte Mal kam es aus dem Fettelhaus? Ja, ich habe ja nicht, weil ich bin vorhin 30.000 Meter kam. Und ich bin gerade auf vorne, weil das ist in der Mitte, weil das ist. Da kamen die ich mir nicht mehr, weil ich mir nicht mehr so lege, weil ich nicht habe. Wir haben hier noch nicht wenig von Sie gesehen, aber die vierte habe ich schon noch ein bisschen getaucht. Und der nächste, der vierste war gut, und ich schlage noch ungewog. Ich sitze erst mal damit. Was ist es für ein Fett, das du schon mitgefangen hast? Ja, ich bin von der Fettelhaus, das ist mir gar nicht wert, das ist mir gar nicht wert, das ist mir gar nicht wert, das ist mir gar nicht wert. Ich habe mich nicht erwartet, aber ich habe immer noch ein Fettelhaus, die wir hier wollen. Ich werde dir eben zeigen, das könnte mir noch was sein, aber natürlich habe ich mir schon mit dem Fettelhaus verabschiedet. Nein, nein. Darf ich schon bei uns auch nicht streichen? Also, ich hätte nichts vergeglert. Aber ich hätte nichts vergegert. Aber ich hätte nichts vergeben. Ich habe ein Fettelhaus verabschiedet. Und ich habe noch ein Fettelhaus verabschiedet. Ja, mein Fettelhaus verabschiedet ist mir aus. Ich habe mich nicht verabschiedet. Es ist mir nicht wert, weil ich mich nicht mehr verabschiedet habe. Vielen Dank.